Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 4147 zwischen Plankstadt und Wieblingen ein Unfall zwischen einem PKW und einem 81-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer übersah den VW Golf eines 41-Jährigen, als er die Straße überqueren wollte und wurde zu Boden geschleudert. Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch am Unfallort. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis 13.10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim und ein Sachverständiger, der von der Staatsanwaltschaft Mannheim hinzugezogen wurde, ermitteln nun die Unfallursache. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.